Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fand in vielen Akzidentallyen in der letzten Zeit, dass ich über das Schwarzherz getroffen habe. Ich kann in der Taifung nur Leichtigkeit schützen, jetzt stellen Sie sich aber eine Serie für Frauen. Gibt es eine Luft, die von diesen potentiellen gefährlichen Kwellen für Eisbärchen Gibt es ein Gremium, das die Luft verwaltet und so kann man hier und hier muss man aufpassen. Es gibt einen Koordinierten Plan, wo die Interventionen dann thematisiert werden. Für und alle müssen an das Gremium Fischerei-Syndikate kommen, Fischerei-Pierste muss man kommen. An die Litzböger Sportfischere Föderation als Vertreter, als Syndikat. Vertreter für die Fischerei und als Syndikate muss man auch dort ankommen. Die Fischerei-Syndikate Die Fischerei-Syndikate Die Fischerei-Syndikate und die Schuhe tremparen. Das müsste alles dienen, ohne Zweifel, bei der Verwaltung, bei der Politik. Die CGDs von der Polizei und die Fasserviertes amts und alle wurden gemäßlich gemacht, das muss eine Zwitten davon, die müssen auf einem anderen Niveau behandelt gehen und da muss es um Präventiv zu handeln. Wenn man schaut, was bei einem Opfand geschieht dann kann man immer so ein Chapeau für die Leute. Das sind zwei Losen, die betroffen sind. Bei der Erde wird sich gewissen, dass Verwaltung bereit ist, für die zu kontaktieren und dass Verwaltung auch bereit ist, über die Indemnisierung zu schwätzen. Da stellt sich vor nicht Wien als Verhandlungspartner, wobei die Einzelfischerei passt. Selbstverständlich, denn wir brauchen eine Dachorganisation für die Fischerei zu Lützebüch an die Kraft zu kreien, an die Schuhe zu kreien, an die Natur, an die Fisch an der Dacwa Flora zu leiden wird. von der Dacwa Flora zu Lützebüch von der Dacwa Flora zu Lützebüch von Lützebüch